So, jetzt kommen wir zu einem paar Forderungen, wir sind wieder Utopia Kulissierung. So, wir müssen dreimal abwehren und ein Spiel gewinnen. Ich schaffe es in diesem Part. Das ist ganz schön geil. Kann ja sein. Nein, klappt es ja in diesem Part. Kann ja sein, dass wir es hinkriegen. Das finde ich nicht so. Das finde ich nicht so. Alter. Alter. Ich glaube, ich hätte ihn gemacht. Ich glaube, ich hätte ihn gemacht. Da wurde ich einfach hart gefickt. Da wurde ich einfach hart gefickt. Alter. Da kommt der aus drinnen. Da kommt der aus drinnen. Ach, das ist so ein Witz. Meiner. Hei, lassen Sie ihn in den Arsch auf und kriegen nichts hin. Was soll ich denn machen? Nix Aber nix Nix weiter Einfach nichts Nein, das ist schon Leute, das macht dir keinen Spaß Ja, ein Tor, toll Das war uns ein Lacktor Bringt Punkte, aber gute Pleine Ich muss das Spiel gewinnen Und Das war sein Glück Glück ansonsten Nix war das jetzt einfach gerade Und immer als Torwart Wieder Das hat so keinen Sinn Lorn haben wir hier Also der Verserber ist nicht gut genug Ich versuche jetzt ein paar Punkte zu machen Also Diese Abwehren zu erfüllen Diese Verteidigung Ich wollte ihn gerade einsetzen Genau in dem Moment Wollte ich ihn einsetzen Dann hätte ich ihn nämlich rausgeholt Das war gut Leute, das war gut Das war gut Wenn ich erkennt, dass ich ihn verliere, dann brauche ich auch hier Äh, nimm mal hier Also Ich habe ihn nicht verliere, dann kann mir das Ich habe ihn einen Atom? Ach komm! Die können immer so machen wie vorhin Mit der Parade Ich muss jetzt aufhauen So! Wann wohnen? Wann wohnen? Habe ich erfüllt? Nein, habe ich nicht Ich schätze, mir fehlt 1 Leute Ich schätze, eine fehlt mir noch Eine Opfer noch, glaube ich Oder? Ja, genau Einspiel geben Einmal Opfer noch Warte, wenn wir jetzt Was anderes machen lassen Irgendwas anderes Standard oder so Oder mal Standard oder so Ich Ne Damit habe ich nichts vergessen Müsst ihr nicht mal kommentieren Teile mich Abonnieren Bis zum nächsten Mal Tschüss! Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschüss! Beende 있나 t's Beende